Hallo und herzlich Willkommen am Tele-Stammtisch. Seht ihr manchmal jemanden an und fragt euch, was geht wohl in seinem Kopf vor? So begann 2015 der Pixar-Film Alles steht Kopf, bei dem das Ganze mehr oder weniger Programm war. Neun Jahre später steht uns nun endlich die heiß erwartete Fortsetzung ins Haus und die bespreche ich natürlich nicht alleine, sondern mit meinen Lieblingsemotionen nicht, aber die Melanie ist mit dabei. Hi. Und der Zero natürlich auch. Mir ist jetzt echt nichts großartig eingefallen, aber das ist alles ein bisschen improvisiert hier. Aber Zero, du bist auch herzlich willkommen. Das finde ich super. Da habe ich ganz viel Freude bei. Ja, ich merke schon, die Gefühlswellen schlagen hoch. Zu Alles steht Kopf 2 ab dem 12. Juni in den deutschen Kinos. Bevor wir uns aber um diesen aktuellen Film kümmern, können wir ja mal kurz auf den ersten Teil kommen. Ist ja schon eine ganze Weile her. Viele werden den wahrscheinlich auch vorab nochmal schauen auf Disney+. Das kann ich persönlich auch nur sehr empfehlen. Melanie, ich meine, bei dir müssen wir das vielleicht noch ein bisschen mehr zurechtzogen. Wie stehst du denn so insgesamt zu Pixar und dann auch im Speziellen zu Alles steht Kopf? Boah, Pixar finde ich richtig, richtig toll. Also ich bin ja sehr mit diesen Disney und auch eben Disney-Pixar-Filmen aufgewachsen. Also das ist wirklich bei mir ein fester Bestandteil der Kindheit. Und ja, Alles steht Kopf, finde ich, reiht sich einfach sehr gut zu diesen Filmen ein, die ich in meiner Kindheit gerne geguckt habe. Und ist für mich einfach so das Paradebeispiel von grenzenloser Kreativität, von Liebe zum Detail, von Einfallsreichtum und ja, von so einer typischen Disney-Pixar-Story, die einen emotional einfach, ja, fertig macht. Im positiven Sinne fertig macht. Beides. Okay, beides. Okay, okay. Ja gut, kann ich sogar nachvollziehen. Äh, Zero, ich hab ja, äh, dich ein bisschen gestalkt auf Letterboxd, äh, unfreiwillig und freiwillig, je nachdem. Und du hast ja eine, du hast eine krasse Pixar-Retro hinter dir. Also du hast zwar, glaube ich, nicht alle geguckt, aber schon ein ordentliches Pensum gehabt, inklusive des ersten Teils dann, glaube ich, am Ende, oder? Ich glaube, ich hab die Cars-Theologie beim Ende nochmal durchgeschoben, aber Pixar war relativ am Ende, also, Alles steht Kopf, war relativ am Ende. Ja, ich hab alle nochmal geguckt, äh, die ich noch selber nicht bewertet hatte auf Letterboxd und, äh, da waren halt doch nochmal so zwölf Stück dabei und wollte ich die halt nochmal schauen, ne? Ja, und ich muss auch sagen, Pixar ist für mich so eine Taschentuch-Garantie. Es ist so schlimm, ey, es ist so eine Arschlöcher, ich muss jedes Mal heulen, das geht mir so auf den Sack. Das war auch jetzt in dem Film gleich ganz schlimm, ey, nach vier Minuten gingen bei mir die Tränen, ich wusste nicht mal warum, weil ich mich eingestellt war im Kopf, hier wirst du heulen, hier wirst du heulen. Oder es ging so schnell los, das war ganz schlimm. Dann wäre es ja amüsant gewesen, wenn du in unserer Pressevorführung gesessen hättest, also, äh, die ich, Melanie und, äh, der Kollege Stu besucht haben, weil, äh, da wurde nämlich nach den ersten vier Minuten nochmal abgesetzt und gesagt, wir zeigen jetzt doch die OV, weil die hatten nämlich die Synchro gestartet, die deutsche Synchro. Und, äh, ja, und dann hieß es irgendwie, auf ausdrücklichen Wunsch der Agentur zeigen wir aber doch jetzt die, die amerikanische Fassung. Und, äh, da hätte ich dann deine Reaktion interessant gefunden, ob du dann nochmal exakt dasselbe Pensum abgespielt hättest in Sachen Heulerei. Ich, äh, ähm, kann jetzt nochmal kurz abreißen, ich bin sehr, sehr großer Pixar-Fan, es gibt eigentlich keinen Pixar-Film, den ich wirklich ganz und gar schlecht finde, auch wenn ich Elemental letztes Jahr eher so ein bisschen mittelmäßig fand, da kann man aber auch gerne in die Besprechung reinhören. Alles steht Kopf hingegen, liebe ich wirklich heißblütig, ist eventuell wirklich einer meiner allerliebsten Pixar-Filme, ist für mich wirklich ein absolutes Meisterwerk, weil es nicht nur einfach, äh, ja, ein weiterer Film mit lustigen Figuren ist, sondern auch einer, der, äh, zum einen wirklich was erzählen möchte, auf einer Gefühlsebene, wortwörtlich, auf seine Art und Weise und zum anderen damit auch, ja, äh, durchaus auch was zu sagen. Und wenn man sich das dann mal so als Erwachsener dann natürlich auch betrachtet, ist es schon krass, dass sie auf einer gewissen Ebene betrachtet, im ersten Teil den Prozess verhandeln, der eigentlich bei Depressionen an der Tagesordnung ist, ne? Und, äh, das muss man sich auch erst mal trauen in so einem, äh, ja, Wohlfühl-Familien-Film eigentlich, äh, die ja, ja, gut, es ist, es bleibt natürlich immer noch familienfreundlich, aber für mich hat Alles steht Kopf wirklich so einen, so einen Sonderstatus, weil der wirklich unfassbar kreativ ist. Ich hab ja den ersten Teil, äh, am Vorabend der Pressevorführung nochmal gesehen und ich hatte, äh, also ich hatte den wirklich einige Jahre nicht gesehen. Ich hatte auch, glaub ich, zu dir gemeint, Melanie, irgendwie vor Corona das letzte Mal. Und der, der ist bei mir, äh, wirklich, äh, unangetastet, äh, auf einem ganz, ganz hohen Niveau geblieben. Es waren auch Sachen, die ich schon wieder vergessen hatte, also da gibt's ja so eine ganz kleine Szene, wo die irgendwie, äh, mit diesem Gedankenzug diese, äh, äh, irgendwie Klötze oder was durch die Gegend fahren. Und dann, dann, äh, kippt einem so eine Kiste um und dann wird gesagt, ja, das sind die Kisten mit Meinungen und Fakten. Topf sie in eine Kiste, da ist eh kein großer Unterschied. Herrlich. Ja, das fand ich so klasse. Ich hab den ja gestern auch nochmal geguckt und ich stimme dir da auf jeden Fall zu, also, der ist immer noch genauso fantastisch wie beim ersten Mal gucken. Also, der, der verliert auch einfach nichts. Das ist wirklich einer dieser Filme, ich saß damals drin und dachte mir wirklich, also, das ist wirklich einer der Pixar-Filme, die nach ein paar Jahren wirklich schon so ein Instant-Classic waren, gefühlt, wortwörtlich gefühlt, ähm, und, äh, deswegen konnte man skeptisch sein durchaus, als dann ein Sequel angekündigt wurde vor ein, zwei Jahren, glaube ich auch. Es ging relativ schnell. Ich hab mir aber, äh, von Anfang an gesagt, das ist tatsächlich ein Pixar-Film, wo eine Fortsetzung wirklich auch Sinn ergibt. Wie war das bei euch? Zero, fangen wir mit dir mal an. Ähm, ja, es geht ja um die Hauptfigur Riley im ersten und im zweiten halt dann auch wieder, äh, schließt der nahtlos an. Darum ist das sinnig, da eine Fortsetzung zu machen. Also, jetzt sogar nach dem Film, also, ich könnte mir vorstellen, dass da nochmal ein, zwei Teile nochmal nachkommen, weil es gibt ja noch weitere Lebensabschnitte, die ja in so ein Thema gut mit reinpassen und wenn die da noch mehr Ideen hätten, die kreativ sind, sehe ich da halt, was da nicht im Wege stehen sollte. Ja, da, also, ich würde da auch noch Potenzial sehen, wobei ich da jetzt im Hinblick auf die Fortsetzung schon mal sagen kann, dass ich das sehr gut finde, äh, dass der trotzdem irgendwie für sich alleine stehen kann als, als Sequel. Also, der ist jetzt keiner, der jetzt irgendwie krampfig einen dritten Teil anteasert, wie man das ja heute gefühlt bei jedem zweiten Franchise erlebt. Äh, Melanie, wie sieht's bei dir aus? Was, wie war so deine Reaktion, als, als die eine Fortsetzung angekündigt haben? Ähm, schon ein bisschen besorgt, also, weil ich so ein bisschen, also, ich weiß eh nicht, was ich von diesen ganzen Fortsetzungen halten soll, die Disney jetzt für ganz viele gut funktionierende Filme ankündigt. Ich bin jetzt zum Beispiel auch sehr gespannt auf, ähm, nee, im Deutschen heißt er aber Jana 2, ne, wie das da weitergehen wird, aber bei Alles steht Kopf war ich auch ein bisschen nervös, aber, ja, ich stimme eigentlich auf Zero zu, dass ich denke, dass da auch theoretisch noch mehr kommen könnte, weil das Potenzial ist auf jeden Fall da. Ja, definitiv. Also, äh, ich hab mir auch wirklich so, äh, wortwörtlich im Kopf ausgemalt, als wir aus der PV kamen, was könnte man da eigentlich noch, äh, alles bringen? Und Pixar hat ja auch schon, äh, äh, auch mal wirklich andere Themen angefasst. Ich erinnere mal zum Beispiel in, äh, Coco, äh, schneiden sie ja auch durchaus mal das Thema Demenz an. Und, äh, wie spannend wäre zum Beispiel zu sehen, was, was, äh, bei sowas, äh, halt sich im Kopf abspielt, ne? Also, auch wenn das jetzt natürlich ein etwas zu schweres Thema ist für einen Familienfilm, das ist klar, aber halt so mal, ja, was man, was man aus dem Konzept noch alles machen kann, ne? Nee, wir hatten ja auch noch gar nicht dieses Verliebtsein. Ja. Wo man eigentlich gedacht hätte, dass das jetzt hier kommen würde, ne? Ja. Aber ich find's gar nicht mal so schlecht. Also, ich find's irgendwie auch schön, dass es in diesem Film eben nicht darum geht. Also, in den ersten beiden jetzt. Also, dass, dass man das irgendwie noch so, ich find die, ich find's schön, dass man den Fokus jetzt nicht so extrem darauf liegt, weil das eben viele Filme direkt gemacht hätten. Ja, vor allem hätte man's erwarten können vom Ende des ersten Teils ausgehen, ne? Also, da ist das ja dann schon so diese, diese Schockreaktion von dem Jungen, der mit ihr zusammenstößt. Das hatte ich auch voll vergessen, dass das, was er gab. Herrlich. Obwohl, obwohl der Abspann von dem ersten, wo alles steht, Kopf ist eigentlich, ich mein, da geht's ja einmal sogar wirklich in den, in den Kopf von Katzen und Hunden oder was? Und, oder die Fotofahrer ist das, es ist so herrlich, wirklich. Potenzial war auf jeden Fall für mich da. Ich hab mich sehr drauf gefreut. Die Trailer sahen auch sehr, sehr gut aus, auch wenn die eben, äh, wie du gerade schon meintest, Melanie, durchaus auch dafür kritisiert wurden. Ja, ich sag's jetzt einfach mal im Englischen, where the fuck is the horniness, ne? Also, irgendwie natürlich dann auch, äh, ja, Lust, sag ich mal, Lust empfinden oder Bedürfnis. Äh, ja, gut, dass sowas unter Disney eher so stiefmütterlich behandelt wird, war natürlich abzusehen. Dennoch kann ich mich dir anschließen, dass das für sich genommen im Sequel hier doch relativ gut funktioniert hat für mich. Dann, äh, Melanie, walte deines Amtes, weihe uns ein, worum geht's denn? Alles steht Kopf zwei. Mit dem Beginn der Pubertät von Teenagerin Riley ändert sich auch von jetzt auf gleich alles im Hauptquartier ihrer Gefühle. Neue Emotionen ziehen ein und übernehmen plötzlich das Steuer, während ihre vorherigen Emotionen wie Freude, Trauer, Wut, Ekel und Angst den Platz räumen müssen. Es gilt, das herrschende Chaos schnellstmöglich wieder in Einklang zu bringen. Ja, soweit, äh, zur, zur Grundprämisse. Vielen lieben Dank. Perfekt. Äh, ja, man merkt, du bist geübt mit sowas. Ich bin irgendwie auch ein bisschen stolz auf die, die hab ich mir ausgedacht. Ja, ist doch, ist doch, ist doch super, ist doch super. Ne, das, äh, aber das, also in den Grundzügen hast du es wirklich gut erfasst. Ähm, wir hatten es ja schon gesagt, der Film setzt wirklich genau, fast da an, Gefühl zumindest. Äh, äh, keine Ahnung, wie oft ich hier noch irgendwie Sprüche mit Gefühlen. Den heute bringen werde. Äh, hold on your butts, aber, ähm, also gefühlt setzt er wirklich direkt nach dem Ende des ersten Teils an und doch liegt ein Jahr Zeit dazwischen. Ja, da ist jetzt, hatte ich ja eben schon gemeint, äh, natürlich spricht nichts dagegen, sich den ersten Teil nochmal anzusehen. Ob auf Disney Plus, auf irgendeiner anderen Plattform oder ganz klassisch auf Blu-ray, wie ich es getan habe. Ähm, ich würde mich immer mal aus dem Fenster lehnen und sagen, man kann theoretisch auch ohne den ersten präsent zu haben oder überhaupt gesehen zu haben, den zweiten gucken. Weil sie das am Anfang doch nochmal relativ, also ist jetzt nicht so, dass sie das von der Pike auf nochmal alles neu erklären. Aber die ersten Minuten sind doch so relative Exposition nochmal gewesen. Äh, gestört hat mich das nicht. Es war auch irgendwo notwendig. Ja, also es, es, es war ganz okay für mich. Wie, wie hat das auf euch gewirkt? Hm, ich fand das auch ziemlich gut. Ähm, also ich fand's wirklich nicht nervig. Sondern ich hab ja den Film auch nicht nochmal rewatch. Ich hab ihn wirklich erst, äh, den ersten nach dem zweiten mir nochmal angeguckt. Und deshalb fand ich das einfach nochmal gut, weil, also das ist einfach so, man holt quasi wirklich alle ins Boot. Ja. Und auch für die Leute, die wirklich nicht den ersten geguckt haben, funktioniert diese Exposition in den Grundzügen wirklich gut. Kann ich mich genauso anschließen. Es sind halt immer ein paar Nuancen, die du mehr hast, wenn du den Vorfilm geguckt hast. Du bist halt schon ein bisschen enger mit den Hauptfiguren, die du aus dem ersten kennst. Aber ansonsten muss man das jetzt nicht gesehen haben. Man kann da gleich so mit einsteigen. Ist sehr, äh, angenehm der Übergang auf jeden Fall. Ja, ich weiß auch noch, Melanie, wie du, äh, meintest, äh, also ich hatte ja gerade schon erwähnt, der Film, der wurde ja bei uns ja zweimal gestartet. Und du hattest dann direkt so gemeint, oh, ich war jetzt direkt schon drin. Und, äh, und das Gefühl hatte ich aber auch, weil man ist wirklich direkt, also vom Look and Feel ist der wirklich genau wie Teil 1. Also die Animation bei den Menschen schien mir noch ein bisschen besser zu sein. Typisch Pixar ist eh schon auf einem relativ hohen Niveau. Aber man wird sofort wieder reingesogen in, in diese ganze, in, in, in dieses ganze, äh, ja, Inside-Out-Interieur, nenne ich es jetzt einfach mal. Gott klingt das bescheuert. Ähm, und das hat mir wirklich auch gut gefallen. Ähm, ich kann da auch noch mal, äh, für Leute, die die deutsche Version geben, äh, ähm, sehen, Entwarnung geben. Weil, äh, viele hatten ja bei den Trailern gedacht, dass, äh, hier irgendwie die Stimmen ausgetauscht wurden. Von den paar Minuten, die wir von der deutschen Version gesehen haben, kann ich sagen, dass sowohl Hans-Joachim heißt, äh, besser bekannt als Gernot Hassknecht, als auch Olaf Schubert, äh, wieder mit dabei sind als, äh, Wut und, äh, Angst. Und, äh, das hat mich tatsächlich sehr gefreut, dass da die Continuity gehalten wurde. Äh, im Original gab's eine kleine Veränderung. Bill Hader ist nicht mehr dabei als Angst. Hat sich für mich jetzt aber auch nicht so wahnsinnig bemerkbar gemacht. Und, äh, äh, der Voice-Cast ist generell großartig, wirklich eigentlich durch die Bank. Ja. Ich find auch Maya Hawke jetzt die Anxiety, ähm, synchronisiert im Original. Mhm. Äh, die kennen ja sehr, sehr viele aus Stranger Things. Da hat sie ja Robin gespielt. Ach, wusste ich gar nicht. Hm? Ja. Ja, genau, das ist sie. Also, ich erkenne sie direkt an ihrer Stimme, weil ich find, die hat auch so eine sehr besondere Stimme irgendwie. Ich find, man kann sie sehr gut unterscheiden irgendwie. Und ich fand sie auch wirklich klasse irgendwie. Ich find, die konnte so perfekt diese, äh, diese Anxiety irgendwie in dieser Stimme wiedergeben. Ich weiß nicht, dieses, dieses Hektische hat für mich richtig gut funktioniert. Wen, wen ich auch super fand war hier, ähm, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, Adèle Ekchar, äh, äh, egal. Französin. Diese französische Schauspielerin, genau, äh, die auch noch hier im Original mit französischem Akzent spricht und, äh, ja, Bordem, Langeweile verkörpert. Und sich, glaub ich, kaum wirklich einmal von der Stelle bewegt über den gesamten Film. Naja. Das ist sehr amüsant. Und Embarrassment, also, ja, im Deutschen Peinlichkeit oder peinlich, äh, äh, Stu meinte nach der PV auch zu mir, er hätte irgendwie einen Clip gesehen, wo, äh, Paul Walter Hauser, der denn im Original spricht, äh, irgendwie vom Mikrofon gezeigt wurde. Und da kann man jetzt auch sagen, ja, ich glaub, das war schon seine ganze Aufnahmesession. Das ist echt, das ist sehr, sehr amüsant. Also, ich, ich finde auch, die, die fügen sich wirklich auch gut ein. Sie setzen das auch wieder schön fort mit den, äh, mit den Farbkodierungen, ne? Mhm. Also, dass, ähm, dass Anxiety orange ist, ist ja irgendwie auch eine Signalfarbe. Zwar jetzt nicht ganz so sehr wie rot, aber rot drückt dann in dem Moment eher so die Emotionen aus. Und Anxiety ist eher so ein bisschen, ja, steht, steht ständig unter Strom, dass irgendwas sein könnte, irgendwas passieren könnte. Sie sagt das ja auch an einer Stelle, dass sie, dass sie jemand ist, der vorplant im Gegensatz zu den anderen. Und, äh, dann auch der Meinung ist, dass die Oldschool-Gefühle dann so ein bisschen an Akta gelegt gehören, ne? Aber habt ihr auch mitgekriegt, die hatten ja ganz früh im Drehbuch noch andere Farben im Kopf gehabt. Mhm. Das war ja dann weiß für Freiheit, Magenta für Liebe, was für mich gar nicht im Kopf zusammenspielt. Liebe hab ich immer, immer über rot, aber rot gibt's ja schon. Leidenschaft, Cyan und Stärke, schwarz. Und schwarz, finde ich, hätte gar, gar nicht, also auch nicht reingepasst in ihren Kopf so irgendwie. Finde ich, äh, interessant, diese Emotionen aus Wahl. Ich bin froh, dass die die, äh, also jetzt die genommen haben, weil ich finde, die passen viel, viel mehr irgendwie zu so einem Teenager. Ja, wobei du natürlich da ins Feld führen könntest, also wir haben ja, haben wir jetzt eigentlich schon den Überblick gegeben, also wir haben ja neue, also Anxiety im deutschen Zweifel, dann, äh, Envy, äh, Schrägstrich Neid, äh, Boredom hatten wir ja schon gesagt, Lacheweile und, äh, Peinlichkeit. Und, äh, bei Envy, muss ich sagen, hab ich mir so gedacht, ja, ist, ist okay, dass das jetzt auch zu einer, zu einer, ähm, handfesten Emotion sich, sich, äh, manifestiert. Andererseits hab ich mir überlegt, äh, äh, Riley wird doch vorher wahrscheinlich schon irgendwie mal Neid empfunden haben gegenüber anderen Kindern oder, oder Mitschülern oder sonst was. Ja, dachte ich irgendwie auch. Also ich glaub, im ersten Teil kam das sogar irgendwie vor. Ich weiß, irgendwas hatte ich gestern gesehen beim Rewatch und dann dachte ich so, ach witzig, dafür gibt's jetzt eine eigene Emotion. Okay. Aber, ähm, ja, vielleicht prägt sich, also vielleicht wird es damit erklärt, dass sich das im Teenageralter nochmal stärker ausprägt, ich weiß nicht. Ja, also wirklich gestört hat's mich jetzt nicht, äh, aber das, das fiel mir dann schon irgendwie ein bisschen auf, dass sie, aber ich meine, das ist ja dem ersten Teil auch schon vorgeworfen worden, dass sie das auf so wenige Emotionen verengt haben im Kopf, aber ganz ehrlich, wie viel sollen die da zeigen? Also, äh, und, äh, ein anderer Aspekt ist da ja auch schon immer gewesen, also dafür war ja der erste Teil auch durchaus umstritten bei, äh, beispielsweise Leuten wie Wolfgang M. Schmidt, äh, die der Meinung sind, dass auch schon der erste Teil ein passives Menschenbild predigt. Also sprich, dass Riley eigentlich nie wirklich Herren im eigenen Hause ist, sondern eigentlich nur von ihren Emotionen gesteuert wird und eigentlich keinen eigenen Willen hat und das kann ich bis heute, ich weiß nicht, wie es für euch geht, das kann ich bis heute überhaupt nicht nachvollziehen. Es gab ja auch diese eine Szene, wo, das war im ersten Teil, ja, das war im ersten Teil, ich bin gerade ein bisschen durcheinander, ähm, wo man ihr eine Idee eingepflanzt hat und das war diese Idee, ob sie von zu Hause abhauen soll. Genau. Und da meinten die auch den Satz, sie hat die Idee angenommen. Mhm. Das bedeutet, sie hätte die ja auch, äh, ablehnen können. Genau. Ohne, dass die Emotionen da irgendwas hätten dran machen können. Ja, und die Idee bringt sie ja durchaus hervor mit ihrem Unterbewusstsein, ne? Ja. Also auch, äh, also, äh, bestes Beispiel daran, wo du eigentlich sehen kannst, dass, äh, sie nicht fremdgesteuert ist, äh, im ersten Teil ist es ja so, dass, dass Kummer, beziehungsweise Sadness, dass die sich nicht erklären kann, warum sie diese Kugeln anfasst. Stimmt. Also die, die, äh, sagt ständig, dass sie, dass sie das, äh, also alle anderen sagen ja ständig, dass sie das unterlassen soll, dass sie damit nur Chaos anrichtet und die kann sich aber nicht helfen, die hat diesen Drang und kann es sich auch selber nicht erklären. Und da merkst du, das ist der Wille von Riley, der da durchkommt, ne? Ja, das stimmt. Und, 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 das, das, das können sie nicht kontrollieren und am Ende des Films verstehen sie dann ja auch, dass Emotionen nun mal nicht, äh, völlig, äh, äh, einseitig sind und das wird dann ja auch hier auch nochmal aufgegriffen. Also, da, das ist ja die konsequente Weiterführung, dass wir hier alle möglichen Kugeln sehen, die dann gemischte Farben haben, ne? Mhm. Fand ich auch sehr schön. Und gleichzeitig ist aber, äh, Freude, beziehungsweise Joy immer noch so ein bisschen in dem Modus, also sie akzeptiert jetzt zwar Kummer, aber trotzdem ist sie immer noch sehr bemüht, Riley so vor schlechten Erfahrungen und sonst was irgendwie fernzuhalten, ne? Oder die, die nicht präsent zu halten. Und, äh, ja, das ist auch wieder im Hinblick auf Teil 1 genau weitergedacht. Also, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und da waren auch wirklich schöne Ideen drin, die einfach auch sehr wieder, äh, herrlich aus dem Alltag gegriffen waren, ne? Ja, und dann haben wir eben diese ganze Meute, äh, an neuen Emotionen, äh, die mit ordentlich Radau eingeführt werden. Fand ich auch, ein, ein Detail fand ich so geil. Äh, wieder diese Helferlein kommen aus dem Gedächtnis, die man ja schon im ersten Teil gesehen hat. Und dann da so ein, so ein, so ein Schild aufstellen. Puberty ist messy, aber das ist, also das ist halt eigentlich wie so ein Frischgewischtschild oder sowas. Das fand ich richtig, richtig gut. Ne, die, die Sequenz war eh richtig witzig, auch mit den Bauarbeitern da, die dann alles umrollen. Ja. Und dann im nächsten Moment wieder die ganzen Sachen fallen lassen, wenn grad Pause ist quasi. Ja, das ist, äh, da haben sie halt einfach schön wieder Sachen aufgegriffen, aber, ähm, das wirkte jetzt auch nicht irgendwie erzwungen auf mich. Also von wegen, oh, wir müssen jetzt hier alles mögliche reinpulvern und noch mehr, weil das und das im ersten Teil gut ankam. Sondern es ergibt sich einfach aus der Situation heraus. Das, das fand ich auch echt schön. Ja, es ist, ähm, einfach eine schöne Kontinuität. Ach so, der, der Film geht mit dem Flow ganz einfach schön mit. Das ist richtig, richtig angenehm. Ja, Flow ist auch ein gutes Stichwort. Der hat nämlich, finde ich, äh, also der erste Teil hat für mich auch kein Gramm Fett. Aber der hier, der floss ja förmlich an einem vorbei. Also der hat so ein gutes Pacing. Also, äh, ich konnte es kaum glauben, als er schon zu Ende war, ehrlich gesagt. Kehrseite der Medaille war da für mich so ein bisschen, so im Nachgang hatte ich jetzt Probleme, wirkliche Höhepunkte, äh, in meinem Kopf nochmal zu rekonstruieren. Da war der erste Teil, äh, vielleicht auch ein bisschen dankbarer, weil, ja, man kann das raten, halt nicht zweimal neu erfinden. Aber vor allem, was so die Emotionalität angeht, hat man nicht so ganz diese Höhen des ersten Teils bei mir erreicht. Wie ging's euch da? Also, ich muss ganz ehrlich sagen, es ging ja dann, einen großen Teil des Films geht's ja in ein Hockeycamp. Und die Sportart, wie das Hobby, könnten ja, also bei dem Film kannst du eher alles austauschen, wie du willst. Ob das jetzt ein Junge, ein Mädchen oder sonst was wäre, das ist ja relativ einfach gemacht, dass das für jeden annehmbar ist. Und gerade beim Hockeycamp dachte ich halt früher an mich zurück, an Fußball. Und das hat mich sofort gekriegt, das Ding, weil das ist halt dann so, ne? Genau die Punkte. Und da war ich emotional sehr schnell wieder drin, ne? Oh. Und ich bin allgemein bei so Sportfilmen, ich hab auch bei Rocky geheult, also ganz blödsinnige Sachen manchmal, wie meine Tränendüse funktioniert. Aber da war ich dann natürlich emotional total drin, ne? Und das waren so auch so mit die Höhepunkte dann für mich. Und dann kamen halt noch die kleinen Extra-Steps und wie da schön aufgearbeitet wurde. Also ich konnte da emotional sehr schnell mitbonden, also gerade auch mit dem Altersbereich, wie sie da gerade war. Also das ist halt, sie ist wahrscheinlich in dem Film nicht so wie eine wirkliche 13-Jährige heutzutage, weil die meistens ja reifer sind und dann sonst was machen. Sie ist halt eher noch wie eine junge 13-Jährige, die eher noch ein Kind ist. Und vielleicht spielt auch deshalb Liebe noch keine Rolle, weil das bei ihr einfach noch nicht präsent ist in dem Alter. Also die wirkt wirklich noch sehr, ähm. Sehr in sich gekehrt. Ja, eben noch, bevor wirklich, wirklich die, ich meine, die Pubertät hat ja auch theoretisch gerade erst richtig bei ihr angefangen. Das würde dann wahrscheinlich auch erst noch kommen, alles. Ja, wobei ich sagen muss, also ich verstehe das und da bin ich auch bei dir, was so diese Jugendlichen angeht. Also wir müssen ja dazu sagen, die Eltern von Riley spielen in dem Teil hier nicht so eine große Rolle wie im ersten eigentlich, wirklich kaum. Sondern es geht wirklich mehr darum, dass Riley ja so mit ihrer Gen Z eigentlich anbundelt und dadurch natürlich dann auch sehr, sehr schnell Unsicherheiten entstehen. Also sie, sie möchte halt unbedingt dazugehören. Sie möchte in dieses Team, sie möchte Beachtung von den anderen. Das ist auch ganz normal. Das ist ja irgendwo dann auch, es ist auch eine Art der Selbstfindung tatsächlich, ne? Und auch sehr typisch für die Pubertät. Das hat mir auch gefallen. Ja, was man halt so ein bisschen hinnehmen muss, dass das Ganze doch dann halt sehr familienfreundlich ist, ne? Also Sera hat es ja gerade schon angesprochen. Die Jugendlichen an sich fand ich, fand ich okay. Ich fand auch die Diversität da sehr, sehr schön eingebracht. Also eine, eine Mitstreiterin von ihr in diesem Eishockey-Team hatte zum Beispiel, die trug Kopftuch beispielsweise. Das fand ich sehr, sehr schön. Oder auch alle sie um sie herum, das ist alles sehr wohltuend, divers, ohne jetzt irgendwie aufgedrückt zu wirken. Und, ähm, aber so generell, wie die miteinander reden, hm, äh, ich meine, man hat halt schon andere Gemüter erlebt. Ich sage nur, die Kinder zum Beispiel in S, also jetzt in dem S-Remake, die sind halt ohne Ende am Fluchen und sonst was. Äh, was ich dann da persönlich schon ein bisschen nervig fand, aber hier wirkte es vielleicht, äh, ich meine, klar, es ist familiengerecht und jugendfrei, aber, äh, woanders hätte man sich da wahrscheinlich noch mehr wagen können, ne? Also ein bisschen, ein bisschen mehr Edginess. Stimmt schon. Aber ich weiß nicht, vielleicht wäre da ja Raum für eventuell einen dritten Teil, wo man das vielleicht noch ausbaut, aber dann ist auch wieder die Frage, ob Disney-Pixar das wirklich macht. Ja, bis dahin hat Disney, äh, Pixar ja vielleicht schon verkauft an Apple und dann, dann, äh, dann produziert Pixar nur noch irgendwelche, äh, Adult-Swim-mäßigen Filme. Obwohl, ich muss sagen, so einen rotzigen Pixar-Film würde ich wirklich gerne mal sehen, also wirklich mit so einem Southpark-Humor, ehrlich gesagt. Ich überlege gerade, es gab doch auch noch gar keinen Pixar-Film, wo wirklich mal überhaupt irgendwie geflucht wurde, oder? Nein, nein, absolut gar nicht. Ja gut, das ist natürlich in den USA nochmal eine andere Baustelle generell. Also ich meine, da gibt es ja schon irgendwie ein Rating, wenn so und so oft Fuck gesagt wird. Ja, es ist, also ich kann es auch verstehen, es wirkte jetzt hier auch nicht irgendwie verkrampft oder so, aber wenn man da halt mal so länger drüber nachdenkt, wirken die halt doch alle ein bisschen brav und poren tief rein, was das angeht. Ich würde nochmal auf den Punkt eingehen, äh, womit wir jetzt eigentlich in die Frage gestartet sind, und zwar mit der Emotionalität. Ähm, ich fand so ein bisschen, dass der Film im Vergleich zum ersten Teil auf jeden Fall für mich nicht ganz dieselbe Fallhöhe hat. Und deshalb ist der für mich auch weniger emotional. Ähm, ich finde trotzdem, der hat einen Höhepunkt-Moment. Da gibt es ja auch wieder so einen Moment, wo man, ich sag mal, das Problem löst, ne? So, und da fand ich den Moment auch sehr schön dargestellt, von der Animation her, wo man ja, wo da jemand gerade bei ist, die Kontrolle zu verlieren, ne? Ja. So, und da fand ich es auch schön, wie dann die Message auch war, dass man halt, ne, dieses in den Einklang bringen. Ähm, das fand ich einen sehr, sehr schönen Moment, muss ich sagen. Das ist für mich so ein bisschen das Highlight wirklich an dem Film jetzt von der Emotionalitätsstufe. Ähm, aber trotzdem, ich finde so ein bisschen, für mich, für meine persönliche Tränendrüse war Teil 1 da wirklich härter angegriffen, sag ich mal. Ja, wir, wir haben halt hier keinen Bing-Bong, ne? Und, äh, ja, obwohl ich, also mein, mein Highlight des ersten Teils ist ja der Raum mit abstraktem Denken. Ja. Das, äh, also jetzt, jetzt kreatives Highlight. Aber dazu muss man sagen, der zweite Teil hat auch wahnsinnig, wahnsinnig kreative Ideen mal wieder. Also, äh, da steht ja eigentlich dem nicht viel nach. Und ich glaube, es ist so das Problem, ja, es ist eine Fortsetzung, aber es ist halt auch eine Fortsetzung, ne? Wie gesagt, man, man, der erste Teil, der war halt so völlig unerwartet, unfassbar kreativ. Und der hier setzt es halt im Prinzip, oder führt es im Prinzip eigentlich nur weiter. In Anführungsstrichen nur weiter, weil es ist, äh, wirklich, hier sind, hier sind so grandiosi Ideen drin. Allein auch, wie sie mit, ohne jetzt so viel zu verraten, wie sie mit verschiedenen Animationsstilen spielen an einer Stelle. Ich glaube, das war mein Highlight, ja. Ja, es ist einfach generell wieder diese Erkundung von Reileys Kopf und dann die verschiedenen Stationen. Und da kann man ja wirklich, also, da kann man sich ja so vieles ausdenken, ne? Und ich meine, es funktioniert zwar sehr, also, der Film funktioniert zwar wirklich sehr ähnlich wie Teil 1, ne? Aber das ist eigentlich nicht schlimm, weil es trotzdem so viel Spaß macht, ne? Dann wirklich diese ganzen verschiedenen Orte kennenzulernen und dann irgendwie zu sehen, wie die Animatoren das umsetzen. Das ist halt einfach, ja, das macht halt einfach so viel Spaß. Und man muss ja dazu sagen, man sagt ja immer, bei Debütfilmen gibt man immer so ein bisschen Bonus beim normalen Langfilm. Und bei Animationen, finde ich, ist das wirklich seltener. Und dieser Kelsey Mann, der Regisseur, der hat jetzt seinen erster Langfilm und der hat halt die Figuren komplett verstanden. Also, das ist nicht wie so ein anderer Film rein, wo du dann denkst, nach dem zweiten oder dritten Teil, Leute, das ist nicht im ersten Teil. Der hat die Figur nicht verstanden. Der hat genau verstanden, was wir wollten. Der hat, fand ich, das fand ich auch gut, mehr von den anderen Emotionen mal gegeben. Im ersten Teil waren die ja dann nicht so dabei. Da gab es ja nur Joy und Sadness. Hier hast du viel, viel mehr, also, von den anderen. Das fand ich auch ganz gut mal wieder. Ich meine, Kummer haben die so ein bisschen dann zur Seite geschoben, ne? Aber das war eigentlich auch für mich total okay, weil, wie gesagt, sie hat echt viel Raum ja im ersten eingenommen, ne? Ja, und der Arc ist da ja auch irgendwie, also, mittlerweile wird sie ja auch akzeptiert von den anderen, ne? Das kommt ja schon durch. Das ist abgeschlossen, ja, eigentlich. Und was ich aber interessant fand, also, auch jetzt im Hinblick nochmal auf den ersten Teil, Freude ist teilweise unerträglich im ersten Teil. Das stimmt. Und dadurch fast schon eine Antagonistin. Ja. Und ihre Rolle nimmt jetzt eigentlich Anxiety ein, also Zweifel oder Selbstzweifel, was auch immer. Oh, man kann das echt so schwer übersetzen. Im ersten Teil hatten sie es ja auch schon abgeschwächt bei Sadness wurde Kummer, ne? Aber das fand ich interessant, dass Freude jetzt praktisch jemand vor die Nase gesetzt wird, die im Prinzip eigentlich auch nichts Böses will, aber die halt genauso funktioniert wie sie im ersten Teil. Ja. Und dadurch auch sowas, sowas Selbstgerechtes hat. Ja. Ich meine eigentlich, also Antagonisten in Anführungsstrichen, die sind ja eigentlich, die wollen ja eigentlich alle nur das Beste für das Mädchen. Aber das Ding ist halt, dass sie halt glauben, dass das, was sie verkörpern, automatisch das Beste für Riley ist, ne? Ja, ich liebe diesen Gedanken auch, wenn man den verfolgt, weil jeder, ne, denkt halt, okay, auf meine Weise ist es die beste Art und Weise, ne? Das ist halt so. Ja. Das mag ich so gerne an dem Film eigentlich. Ja, das haben ja welche auch dem ersten Teil vorgeworfen von wegen, ja, dass die Emotionen ja nur, also, dass die halt so einseitig wären. Aber das ist es ja nun mal gerade. Ja. Das wird ja auch kommentiert im ersten Film, als sie da, also als Joy und Sadness irgendwie weg sind, heißt es ja, oh ja, ja, hier, wir wechseln uns jetzt ab und wir sind jetzt abwechselnd Freude. Oh ja, super. Ekel, Angst, Wut, wieso wir fröhlich sein, ne? Wobei ich finde, dass Joy auf jeden Fall im ersten Teil eine Entwicklung durchmacht. Ja, das definitiv. Weil da sieht man sie ja zum allerersten Mal weinen auch, ne? Und sie, da ist ja auch der Moment, wo sie dann diese, äh, diesen Kummer auch embraced in dem Sinne, ne? Ja, wo, wo sie es versteht. Ich meine, der, der ganze erste Teil, der dreht sich ja darum, dass die anderen Emotionen, dass die eigentlich wirklich begreifen müssen, wofür Kummer eigentlich da ist. Die, die, die verstehen das nicht. Und, äh, anfangs versucht er, das ist eigentlich auch echt schlimm, Freude, die versucht, ja, guck mal, am Anfang wirklich auszugrenzen. Also wortwörtlich, ne? Und, ähm, jetzt hier ist, ist das, äh, die, die, diese Teamwork, die ist ja noch deutlich mehr vorhanden als im ersten Teil, äh, weil die eben jetzt auch mehr, äh, äh, miteinander interagieren und dann eben auch, ja, dieses neue Team als Gegenspieler haben. Wobei ja nicht ganz und gar, da sind ja auch noch mal so Zwischentöne, die ich auch sehr, sehr schön fand. Wo man vielleicht noch drauf kommen kann, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen hattet, äh, äh, als der erste Trailer rauskam, hatten viele das Gefühl, dass dort angedeutet wird, auch im Hinblick auf diesen ganzen Eishockey-Plot, der da ja noch gar nicht so zum Tragen kam. Aber halt, dass sie sich irgendwie, ja, dass, dass sie zu so einer Girly-Gang dazugehören will, also jetzt Riley, da gab es Vermutungen, dass sie eventuell, ja, vielleicht auch an Mädchen interessiert sein könnte. Also es gab ja diesen Kurzfilm, Riley's First Date, äh, wo sie eindeutig irgendwie, ähm, sich mit einem Jungen getroffen hat. Der ist auch sehr, sehr amüsant, ganz kurz, kann ich nur auf Disney Plus empfehlen. Der habe ich nicht gesehen. Der ist, der ist echt lustig und auch nicht irgendwie überflüssig oder so. Es ist so ein nettes Add-on halt, wie bei den meisten Pixar-Filmen. Und, ähm, also da wurde eindeutig ein Junge gezeigt und hier hatten viele das Gefühl, dass sie auch, äh, ja, Mädchen mögen könnte, auf eine gewisse Art. Äh, ich muss sagen, jetzt im finalen Film, es gibt ein, zwei Stellen, wo man sowas hineindeuten könnte, aber eigentlich geht es mehr so. Also auch, weil wir ja eben nicht Horniness irgendwie als Thema haben. Es ist eher so dieses, ich möchte dazugehören, ich möchte erfolgreich sein, ich habe Angst, äh, wenn ich nicht dazugehöre. Also damit füllt ja auch dann Anxiety sie auf, ne? Fand ich ja auch sehr interessant. Wenn wir jetzt hier scheitern, dann landen wir wieder auf der und der Highschool, wo uns keiner, äh, wo, wo keiner was mit uns zu tun haben will. Und der, die Einzigen, die unseren Namen kennen, sind die Lehrer. Das fand ich auch sehr schön. Der Film, finde ich, wirklich darum geht das aber ganz gut. Also, dass die Frage sich ja gar nicht stellt und die Person, die es da geht, äh, wie heißt der jetzt nochmal, das Mädel? Well, Valentina. Die bewundert die ja eher, das ist ja keine Verliebtheit. Und ja, ich habe diese ganzen Kommentare und Stimmen und jetzt auch gerade nach dem Film so ein paar erste Stimmen, die man komischerweise trotzdem schon lesen konnte, äh, mir mal durchgeballert. Gerade bei Letterboxd sind da ja Leute, die sich nicht gern so an Embargos halten. Ähm, da dachte ich mir auch so, Leute, ihr wollt in den Film was reindringen, was da gar nicht ist? Warum? Das ist so angenehm, dass das halt nur ein Mädchen ist, das ihren Sport machen will und Freunde will. Ich verstehe aber auch nicht, warum wir jetzt eigentlich überhaupt darüber so groß sprechen müssen. Also, wenn es so ist, dann ist es halt so. Ja, nee, also ich schätze ja, ähm, ja gut, viele haben sich dann ja auch da irgendwie schon auf, auf Disney als Konzern da mittlerweile eingeschossen, äh, und Pixar ist ja. Ja, na okay, dass man ihm das direkt unterstellt oder sowas. Ich, 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 ich kann verstehen, wo die Gedanken herkommen, die waren auch schon beim ersten Teil durchaus präsent, weil wenn man sich halt ansieht, äh, in den Köpfen der anderen Figuren, die auch mal auftauchen, also vor allem bei der Mutter und dem Vater, da sieht man halt, dass die, äh, wirklich alle, äh, ein Geschlecht haben, die, die, äh, die Emotionen bei denen in den Köpfen. Und bei Riley ist es ja gemischt, ne? Äh, das ist durchaus ein Indikator dafür, dass sie vielleicht auch ein bisschen anders auf die Welt blickt. Ich muss sagen, ich hätte das sehr interessant gefunden, da könnte man vielleicht bei einem dritten Teil sogar was machen, aber ich glaube nicht, dass Disney sich das trauen würde und, äh, Zero, ich kann dir auch zustimmen. Also, ich hätte absolut nichts dagegen und ich fände es auch sehr interessant, sowas zu sehen, aber man sollte jetzt auch, glaube ich, nicht dem Film da jetzt irgendwie was, was aufdrücken, was er eigentlich gar nicht sein möchte. Definitiv nicht. Und wenn, dann ist es halt so, mein Gott. Ja, nee, also. Wie ist jetzt, was hat man gesagt, 14, 14 und 13, 14? Ja. Wenn es ein Film kommt, wo sie 16 ist und dann, äh, eine Freundin hat, mein Gott, Leute, wo leben wir denn? Ja, ich finde es halt unnötig, diese ganzen Kommentare, dass wir überhaupt noch darüber so, also, jetzt, ich meine jetzt nicht dich, Dom, sondern ich meine einfach, was du gerade erzählt hast, ne? Dass Leute direkt unter den Trailer sowas schreiben, oh, das und das, so, wo ich mir halt so denke. Ja, das passt halt schön ins, ins Narrativ der, der bösen, äh, Wokeness von Disney, das, das ist es halt, ne? Aber du hast schon recht, da müssen wir jetzt auch gar nicht mehr weiter, äh, drüber reden. Habt ihr noch Punkte, die ihr ansprechen wollt? Äh, äh. Bö, 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 irgendwas hatte ich gerade? Jetzt bin ich im Kopf gerade so in meinem Gedanken, wie ein Juckz, aber das war jetzt nicht mein Punkt. Ach ja, was, was du auch schon erwähnt hattest, halt mit den negativen Sachen, bei den Animationsstilen, muss ich auch nochmal dazu sagen, fand ich richtig stark. Und da finde ich aber, kommt auch gerade das Ding, was ich bei dem Teil deutlich besser finde, der spricht Malmark nach eine deutlich ältere Gruppe schon mal mit an. Also für Erwachsene ist da, finde ich, sogar mehr drin als im ersten, weil da ist ein, ein Klammer nenne ich es jetzt mal, Videospielcharakter und da sind Jokes drin, die kriegst du halt nicht mit, wenn du jetzt sechs, sieben Jahre alt bist, weil, dann hättest du so, das hast du gar nicht erlebt. Das ist schon ganz funny und da sind schon ein paar coole Jokes und gerade auch ein, der ist, glaube ich, sogar mit dem Trailer, wo peinlich sich umdreht und vorbeugt. Alter, das ist halt funny, da habe ich mich auch weggekracht. Also ich finde den schon etwas reifer und erwachsener. Also für mich ist das genau die Stufe, die ja weitergegangen ist, der ganze Film, hat das für mich so richtig schön rund gemacht. Nee, ich finde wirklich der Humor, der funktioniert richtig, richtig klasse hier. Also ich finde eigentlich fast jeder Witz hat gesessen und wie gesagt, was du gerade meinst mit dem Videospielcharakter, da bin ich wirklich gestorben. Also da habe ich mich so weggelacht, wie der dann vor allem da glitscht. Ja. Wie der glitscht war, das war mit einem versöhnliches Highlighten. Vor allem, der ist halt auch noch so rudimentär animiert gegenüber dir und du siehst sogar, also der sieht wirklich aus wie aus Final Fantasy oder so. Nee, das Ding ist, ich habe mich, das war so der Moment, wo ich mich, glaube ich, mit am meisten so erwischt gefühlt habe, weil sie einfach auf diesem Videospielcharakter steht. Ja. Und ich schwöre euch, in meinem Unterbewusstsein so, in meinen Geheimnissen, da finden sich ganz viele von dich. Okay, erzähl die doch mal. Okay, okay. Dann gehen wir hier in die Verlängerung. Naja, also, ne. Da sind vielleicht sogar ein paar Charaktere von Super Smash drin, wer weiß. Weiß dir nicht umsonst, Smash, also. Ja, da hätte der Typ hier durchaus auch auftauchen können. Und stimmt, das wird doch einmal sogar gezeigt, dass sie irgendwie so ein, das Game, wo sie den her hat, wird doch auch einmal kurz gezeigt. Das ist ja sogar so ein Smash-Spiel. Genau, das ist so ein Brawler auf jeden Fall. Oh mein Gott, das ist, das bin wirklich ich gewesen im Moment. Das war echt krass. Und es war immer nicht Disney Infinity oder sowas. Ja. Sero, ich bin da, also da kann ich mich dir auch anschließen. Bei dem ersten Teil war schon das Schöne, ich meine, das ist ja generell das Schöne an Pixar-Filmen. Und das sind wirklich Familienfilme, ne. Die Kinder lachen über die lustigen Figuren und du lachst halt über die subversiven Witze und das Hintersinnige. Und das ist ja bei alle steht Kopf wirklich in rauen Mengen vorhanden. Und das setzen sie hier einfach konsequent weiter. Kann man, kann man nicht anders sagen. Und gerade, auch was du jetzt gerade meintest, Melanie, ja, da können wir uns wahrscheinlich, glaube ich, alle irgendwie mehr oder weniger mit identifizieren. Ne, also, äh, Deepest Darkest Secrets hat, äh, irgendwo, äh, jeder in seinem, seinem, äh, inneren Tresor, sag ich mal. Was ich noch kurz mit einbringen will, was ich etwas schade fand, wobei der Film dann sich da natürlich dann auch ein bisschen im Zeitgeist verhaften würde. Ähm, aber ich hätte es zumindest interessant gefunden. Also auch, es wird zwar nur so ganz leicht angedeutet, aber ich fand es ein bisschen schade, dass Social Media überhaupt keine Rolle spielt. Tatsächlich. Also jetzt nicht irgendwie TikTok oder so, aber die sind ja doch da alle relativ mit ihren Handys zugange. Da ist ja auch mal ein Riesenmurren, als sie das irgendwie abgeben müssen da in dem Eishockey-Team. Also in diesem Camp. Und, äh, da hätte ich mir vielleicht ein bisschen mehr gewünscht, was das angeht. Weil es ja auch sehr, also, es ist natürlich sehr im Zeitgeist, aber jetzt gerade im Hinblick auf Gen Z, äh, hätte das für mich schon irgendwo reingehört. Andererseits, alt hat sowas nicht unbedingt so sonderlich toll, ne? Also, weiß ich nicht, wenn man sich den Film dann in zehn Jahren anguckt und dann TikTok, was, was war das noch gleich? Ich hab auch wirklich gelesen, dass die, dass es den Machern wirklich sehr wichtig war, dass der Film zeitlos ist. Mhm. Und dass sie eben nicht zum Beispiel so irgendwelchen, irgendwelchen Meme-Humor jetzt zum Beispiel reingenommen haben. Weil die eben nicht wollten, dass der in sechs Monaten dann schon out ist, ne? Also, ähm, also ich glaub, das war eine ganz, ganz bewusste Entscheidung, wobei ich mich, wobei ich mich auch frage, ich glaub, in zehn Jahren wird Social Media ja immer noch eine Rolle spielen, so. Ich mein, das gehört jetzt irgendwie einfach dazu, oder? Äh, ja, schon. Also, es lässt sich, glaub ich, nicht mehr wegdenken. Ja, und dieser Druck von sozialen Medien, den ja vor allem eben Teenager haben ganz stark, ne, ist eigentlich auch ein interessantes Thema. Ja, vielleicht, äh, lassen sie da ja noch Platz, äh, für den dritten oder vierten Teil. Spätestens, wenn Riley dann ihr Onlyfans hat, wird, äh, das wahrscheinlich nicht mehr bei, äh, bei Pixar passieren oder nicht mehr bei Disney. Ähm. Ich finde aber, wir haben jetzt wirklich genug Ideen für einen dritten Teil gepitcht. Ja, durchaus, ja. Ja, es ist, ähm, das ist doch eine schöne Abschlussfrage. Äh, würdet ihr euch einen dritten wünschen? Ja, wenn er diese gleiche Kontinuität aufweisen kann und wenn er vor allem auch immer noch irgendwie was Neues erzählen kann, äh, dann auf jeden Fall. Mhm, bin ich genau dabei. Also, wenn der jetzt auch noch mal eine Schippe drauflegt, es muss ja immer auch noch was Kreatives mit drin sein, gib mir noch ein paar Emotionen, die hast du wahrscheinlich, zumindest, glaube ich nicht, dass du als Teenager da schon so entwickelt hast, dass die später noch dazukommen, dann wird's halt schwierig, wie du erklärst du das halt. Das fand ich das einzige wirklich schwierige, dass die anderen Emotionen bei den Erwachsenen im ersten Teil halt dann nicht so waren wie bei ihr jetzt, äh. Stimmt, ja. Und da haben wir versucht, so ein bisschen in dem Film, ja, jetzt geh wieder intern in den Vorhang oder so. Also, nee, das war mir zu einfach. Das ist so ein Ding, wo ich denke, hm, es wurde halt nicht von eins bis fünf durchgedacht, was auch schön ist für so ein Franchise, das da nicht angedacht war. Aber das ist mir dann natürlich schwierig. Umso mehr Gefühle jetzt reinkommen, warum haben die anderen Erwachsenen das nicht schon die ganze Zeit? Das hab ich mir aber auch gedacht beim ersten Teil dann. Also, insbesondere in diesem wirklich großartigen Abspann, ne, da, äh, ist das sehr, sehr auffällig, dass die, selbst die Erwachsenen-Charaktere alles genauso in ihrem Kopf haben wie sie, ne, nur halt dann eben, ja, nicht, äh, also gleichgeschlechtlich dann an der Stelle. Aber wie gesagt, nächster Teil, ich wär dabei. Ja, es ist, ist die Frage, ob sie, also, ich, ich wäre auch offen. Potenzial ist auf jeden Fall noch da. Äh, gerade dann so in der harten Phase der Pubertät ist die Frage, ob man das noch so wahnsinnig familienfreundlich umsetzen könnte. Äh, würde ich nicht nein sagen. Auf der anderen Seite darf der hier aber auch gerne für sich alleine stehen. Den hatte ich ja schon am Anfang gemeint, dass, äh, hier nicht irgendwie krampfhaft auf eine weitere Fortsetzung, äh, das getrimmt ist oder sonst was. Also hatte ich zumindest nicht am Ende den Eindruck. Das fand ich sehr, sehr schön. Ist traurig, dass man sowas heute hervorheben muss, aber ist ja auch mal ganz schön, wenn man's dann kann, ne? Ja, ansonsten würde ich sagen, kommen wir mal zum Ende. Ihr könnt noch gerne so, äh, zwei, drei Sätze als Fazit formulieren und, äh, da lassen wir natürlich, äh, Melanie den Vortritt. Ja, also wie gesagt, ich finde, das ist wirklich wieder ein sehr kreativer und einfallsreicher Film und ich finde, er kann eigentlich wirklich fast genau so dasselbe Level aufrechterhalten wie in Teil 1. Mhm. Und ich glaube einfach für Fans von Teil 1 ist das hier wirklich einfach ein klares Muss. Also, also ich sehe jetzt eigentlich nicht unbedingt groß die Chance, dass Leute den jetzt absolut schlechter finden werden als Teil 1. Deshalb, ähm, auf jeden Fall anschauen, ne? Auf jeden Fall im Kino. Zero, wie, wie steht's bei dir? Ich schließe mich schon mal den ganzen Vorworten allen an. Geht auf jeden Fall ins Kino. Ist ein super Film. Ähm, für mich Pixar vom Allerfeinsten, ähm, ist so ein schöner Comic of Age, family friendly, so Sportlerin-Biopic-Komödie, hab ich's, glaub ich, gestern direkt danach genannt. Äh, es ist intelligent, lustig, so richtig herzerwärmend. Es ist komplett auf Augenhöhe auf jeden Fall mit dem ersten. Für mich sogar noch ein Stückchen besser. Äh, ich weiß, das ist jetzt ein richtiger Hot-Take, aber ich find den müh besser. Ja, es ist für mich jetzt schon der Animationsfilm des Jahres auf jeden Fall bis jetzt. Und kann gut sein, dass das auch so bleibt. Aber es kommen ja doch noch ein paar Animationsbrocken, die auch ein bisschen erwachsener sind. Äh, aber ich glaube, bis jetzt, äh, kommt da nicht viel dran. Ja, es wird sich zeigen. Also, ähm, für mich ist es auf jeden Fall ein sehr, sehr würdiges Sequel. Ich würde es so ein bisschen, ähm, und, äh, so der Verlauf oder auch, dass, äh, es eigentlich eine Spiegelung des ersten Teils ist, das hat mich sehr erinnert an die Unglaublichen Zwei, äh, den ich ja auch sehr gerne mochte, der so ein bisschen hinten runtergefallen ist bei vielen, was ich sehr schade fand. Aber, äh, nee, also man, man macht wirklich nichts falsch. Geht auf jeden Fall ins Kino, wenn ihr den ersten Teil, äh, gemocht habt, wenn ihr ihn geliebt habt, so oder so wie ich. Und, äh, ich wünsch dem alles Gute. Also, ich glaube auch, dass Pixar damit jetzt auch endgültig wieder aufs, äh, Pferd kommt, nachdem ja, ja, Elemental war zwar so ein, so ein Sleeper-Hit, aber davor war es halt schwierig mit Lightyear. Und, äh, äh, stehen uns ja noch einige Sequels ins Haus, also unter anderem auch Toy Story 5, da weiß ich nicht so wirklich, was ich davon halten soll. Aber, äh, der hier wird wahrscheinlich sehr, sehr gut performen, weil ja jetzt demnächst hier zwar die EM hoch, äh, aufzieht, aber, äh, der ist, glaube ich, ein schönes Kontrastprogramm. Und da kann ja wirklich jeder und seine Oma kann da reingehen, ne? Also, ab ins Kino mit euch, äh, wirklich tolle, schöne Fortsetzungen, die, äh, allenfalls ein bisschen darunter leidet, dass sie eben eine Fortsetzung ist. Aber das, äh, schmälert den Gesamteindruck keineswegs. Also, absolutes Go von mir. Und, äh, damit würde ich sagen, sind wir raus. Herzlichen Dank. Fand ich echt eine, äh, teilweise auch schöne Diskussion. Ich, äh, verziehe mich jetzt, äh, rüber zu den Drachen gleich. Ähm, ja, kleiner Spoiler. Und, äh, ihr dürft aber natürlich noch gerne Tschüss sagen. Und ich sag jetzt schon mal Tschüss. Ciao. Ja, komm, heute meine ich für Werbung. Wir haben wirklich schon lange über den Film geredet. Ähm, warte euch die anderen Podcasts noch rein, die es bei uns gibt. Ähm, guckt auf tele-dramptisch.de, geht gerne mal vorbei. Auf Instagram, überall, wo es Likes gibt. Den ganzen Kram durchballern. Natürlich auch bei Dom, Melanie und mir auf Social Media. Könnt ihr auch gerne nachgucken. Da gibt's auch mal viele interessante Sachen. Ansonsten gehe ich jetzt wieder weiter heulen. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des Tele-Stammtisch betreiben ein semi-professionelles Podcastprojekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns. Wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi. Applaus 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 Vielen Dank.